Die Adipositas ist ja eine Erkrankung, die die Patienten ihr Leben lang begleitet. Und anders als der Name vermuten lässt, ist sie nicht chirurgisch einfach herauszuoperieren, sondern die Adipositas-Chirurgie kann durch eine Magenverkleinerung oder durch die Umleitung des Dünndarmes und den daraus resultierenden Gewichtsverlust durch weniger Nahrungsaufnahme die Patienten wieder zu einem normalen, aktiven und bewegungsreichen Leben führen.